Das klingt richtig bedrohlich und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Super Mario The World mit Deluigi Saiyan Kopf und jetzt machen wir mal Welly Ghost ich erwarte Schreckliches nein ich wollte den Heingang finden na egal erwarten wer schrecklich ist oh fuck schrecklich ich weiß noch ich mag euch nicht ja ich glaube ich muss noch nix ich weiß nicht kann sein fuck you ich bin mir sicher ich weiß nicht ob das richtig war das sieht nicht sonderlich krass aus was hä 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 ich habe die geisterhäuser ich habe gesehen da war ein Stern ich könnte ja hier da hätte ich durch müssen oder gut jetzt weiß ich habe ich irgendwo ja schon zu vergessen die ich jetzt noch holen kann dann ich werde ich los dort 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 hat Ferro hat 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 aber jetzt nicht verstanden ja ich brauche die blauen joshio die dinger gehen runter bei der sekundenanzahl die drauf ist weg jetzt bin ich im arsch das kann noch was werden ich habe einen joshio ich werde echt nicht sauer nicht ich bin froh dass ich die joh hallo Ja gut, müssen rumstehen, hat noch kein geschadet. Okay. Oh! Oh ja! Nimm das! Flieg! Danke, Weegee! Da hast du nicht herzucht. Da kommt gleich noch weiter. Alter! Ich will das! 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 Aber dasselbe ging! Ich habe es geschafft, habe ich es gesehen, sogar ich. Dann heißt es, dass Level gehen. Wenn ihr ausbrach geht, Reingang. Oder warum sind manche Punkte groß und rot und manche nicht? Oder sind die rot, wenn man es nicht gemacht hat? Da habe ich jetzt noch nicht drauf gehofft. Hab gewusst, das tut weh. Oh Gott, das fährt mich nicht weiter. Ich hasse euch. Ich hoffe, Heinis. Oh, wenn ich den ansitze, dann bin ich doch normal. Oh! Bist du ein Mongo? Werde ich nicht erwartet. Danke. Nein. Halt mich. Petter sich aber was aufhören. Ei, der will wirst mich verarschen. Und da ist der schlimmste Sorte. Da ist der tatsächlich mal einst. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. nein ich wusste nicht nein ich wusste nicht dass ich wieder hochkommt du wirst dass ich hier lang gehe wenn ich das richtig verstanden habe was für strafft aber geil das verärgert mich jetzt er ist nicht unbedingt leicht aber noch da jetzt gerade so gut dann nicht verdammt der ist scheiße langsam geht will ich nicht danke will ich nicht danke ich habe gerade mein Trampolin verschissen oder na steht da da hätte ich noch gebraucht geil ok da wusste ich nicht jetzt weiß ich ich ja 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 Was ist unter mir? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Yoshi! Das hätte gefährlich werden können. Ich weiß nicht, wo ich lande. Und dieses Hecht nicht mehr. Einfach fliegen. Ja, geh Heimgang! Wie? Oh! Wie? Oh, nö! Ich könnte zu Hause auch! Will ich aber nicht! Scheiße! Ja! Genauso nicht anders, was auch geplant. Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Natürlich, nee, nee! Sorry! Stippe dich schneller! Ich brauch dich! Das tut mir ein bisschen leid, aber es ging jetzt nicht unbedingt anders. Hi, da bist du ja! Nichts passieren! Großartig! Nein, das Level macht mich fällig. Komm mal, ich cheate! Nee! Nein, Yoshi! Nein! Und jetzt? Ja! F-fuck! Was hätte ich jetzt gebraucht, um zu cheaken? Ach ja, hier krieg ich ja neues. Komm schon! Komm! 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 I believe! Oh! Nichts zugeflern! Habt ihr vielleicht mich gekommen? Nein! Nein! Was? Der springt nicht! Jetzt bin ich wieder klein und... Kriege ich noch mal die Chance? Ja! Gut. Komm ja. Los. Ich brauch die Fehler nämlich, weil ich mich jetzt durchziehen will. Hammergeil! Hab ich nicht geschafft. Habt ihr vielleicht mitgekommen? Ich weiß, dass das geht! Nicht. Lass mich... Lass mich hier in Ruhe! Nein! Dann werden fehlen, aber ich komme jetzt nicht so gut. Ich bin das. Ich bin dich. Und ich fliege. Und ich mach das. Und dann hab ich's geschafft! Nervenaufragen. Aber geht klar. Jetzt krieg ich noch ne Bonus-Stage und dann krieg ich die Folge werden. Geil. Ich hab 40 Leben. Das steht mir gar nicht zu, oder? Das geht's nicht. Ich... Das geht als Mario anscheinend besser. Perfekt! Boah. Ja gut. Ich hab jetzt einfach die Folge gef... Nö. Nö. Rieb-Uhr. Gagga. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv. Werden kommentieren abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Larry. Larry. Smiley. Das hier im Jaweljumfeld. Das sie so große Ferrari. Was. Das war es so.